Der Glanz in deinen Augen, sagen wir wohl... Wo kann man das kaufen? Guten Morgen, ihr kleinen Spechte! Und hier ist wieder euer göttlicher Micky. Und im Hintergrund hört man einen kleinen Specht namens Juice. Heute hier, morgen da und in jeder Stadt ein Mädchen, die mich liebt und mich vermisst, so wie du. Ich hab meine Mission fertig, wir können auf lange gehen. Heute hier, morgen da, in deiner Mutter. Oha, du Wichser. Du war ja bunt, du. Ach so, hier wird das Teil landen, ne? Doch nicht mit Holz-Juice. Erst am Anfang, ich versteck's. Ach, das ist eigentlich eh nur diese Gammeldrohne. Guck mal, wir machen hier noch Dächer hin, weil es alles so schön aussieht. Ich baue die ganze Zeit noch um Eisen einfach drum herum. Hallo, wir haben alles kaputt gemacht. Deswegen meinte ich ja, Alter, wir hätten das viel besser aufbauen sollen, als ob, wenn wir die Mission verkeilten, dann... Vielleicht hätten auch unsere Teammates mal was produktives vorstellen können auch. Du Scheiße! Ähm, die sind drin! Die sind drin! Wie sind die hier reingekommen? Wow! Der Teammate ist echt der Anti-Teammate überhaupt. Why? What the fuck is going on? Der lässt hier einfach alle rein, dieser Specht. Alter, der kriegt von mir sowas von einen Stein in den Arsch geschoben, Alter. Oh fuck, Alter, wir haben das echt scheiße verteidigt, ey. Auf der anderen Seite... Was hab ich dir gesagt? Auf der anderen Seite auch noch... Ich kümmere mich um eine Seite, du musst dich um die andere Seite kümmern. You are an asshole! Just so you know, you suck nix every day, you fucking asshole! Ne, Mann, ich baue das jetzt alles aus Eisen. I don't give a shit, Mann. Er baut überall Löcher rein, statt der Tür. Alter, was für ein fucking Vagabund, Mann. Oh nein, Alter, was... Der Typ hat schlechtes Internet, Alter. Was für ein Vagabund. Na, Miki, du sagst das immer jetzt extra, damit du das in einen Titel schreiben kannst, ne? Ja, ha, 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 ha! Klicks! Ich hab ne Frage. Warum sind alle Ninja in diesem Spiel schwarz? Warum gibt es keinen weißen Ninja, hm? Das ist halt Rassismus. Es gibt keine weißen Ninjas. Außer halt in Fortnite Battle Royale. Deswegen haben die extra halt in Rettet die Welt nur Schwarze. Lass mal die Schwierigkeit noch stärker machen. Nein, Mann. Wir werden dann verkacken. Das ist der übelste Okami-Move. Ich hab's gestern bei mir gemacht bei meiner Mission, ne? Ja, aber da muss man auch drauf warten, dass die Teammates da auch ein bisschen passen. Wow! Und der Teammate ist echt der Anti-Teammate überhaupt. Oh, hier kommt Laser und alles. Oh, shit, Mann. Baseballeros, Pistoleros, Konsoleros. Conchita. Ich weiß noch mal, was das ist, Vagabund. Als ob du nicht weißt, was ein Vagabund ist. Ein Vagabund ist jemand, der nicht auf einem Platz... Eigentlich bin ich nur ein Vagabund, sondern jemand, der ganz oft umzählt. Als ob... Guck mal, der macht das sogar extra für die auf. Was bist du für ein Specht? Macht er sogar. Oha. Er hat sogar die ganze Wand entfernt. Der hat das alles entfernt, Mann, Alter. Ach so, das sagt er... Oh, hier ist ein großer Bube. Der haut hier alles weg. Der haut hier weg den Eimer. Noch ein großer. Ja? Alter, what the fuck? Als ob er da reingekommen ist. Er ist einmal durchgerattert, Alter. Der hat alle Wände unterwegs mitgenommen. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, eine Million EP. Alles klar. Ja. Ray, halt deinen Maul. Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns jetzt. Dankeschön, dass ihr ein Like da gelossen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Video. Juice ist in der Beschreibung. Und see you next time. - -